Willkommen zur Starbreak Talentshow. Heute mit unseren Kandidaten Niki24731 und Fubalp, Judentag. Ja, Judentag. Okay, du musst ihn aus. Nee, mit dem, nee, nee. Sachsen wollen wir hier nicht. Boah, das war also eine merkwürdige Orientierung, ja. Was hast du jetzt gesagt? Nee, das stimmt gar nicht. Alle ist ja gelogen. Weißt du, in dem Gebäude liegt Loot, wo wir drin waren? Ja, der zeigt da bei mir jetzt auf einmal etwas Goldmäßiges an. Entweder Rohstoffe oder... Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber er zeigt bei mir immer noch Geiseln an. Ja, bei mir auch. So, jetzt sind wir erst raus. Hatten wir hier draußen, hatten wir da auch noch welche bekämpft, oder? Naja, da waren ja welche geradeaus. Mann, 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 Mann. Oh, hier ist ein Telefon. Nimm ich nur mit. Ich glaube, da musst du wirklich schon so ein bisschen Ausrüstungssetup haben oder so. Du weißt, was läuft? Ich fürchte, ja. Meinst du, es ist soweit? Könnte sein. Wie bei Gott. Ich hatte gehofft, wir würden es nie erleben. Anscheinend hatte ich das schon. Wie sieht es bei dir mit Vorräten aus? Ach so. Tja. Also zumindest wurde mir da nichts mehr angezeigt. Das ist praktisch neu. Ja, wir sind aufgerüstet. Man kann nie voll richtig genug sein. Man sieht ja hier in der Nähe auch schon mal rumgelaufen. Ja, du hast wieder nichts gesagt. Du behalst nicht in dieser Gasse. Ja. Das weiß ich, wie ich mir ergelaufen, ey. Bitte schön. Was ist bitte schön? Ich habe einen Zivilisten hier gelaufen. Ja. Was? Ich habe es gesehen. Ich war Zeuge. Ey! Apropos Zivilisten helfen, ne? Du willst mir helfen? Wir hätten doch auch wieder dieses Zeug nehmen können, ne? Ja, das wohl schon ist. Das Zeug nehmen können? Tränen kann haben. Du meinst Wasser trinken und sowas, oder was? Ja, genau. Müssen wir hier rein? Nö. Ich wollte nochmal gucken. Ach so. Da war ein Rucksack. So. Seid ihr ready? Get loose. Und dann sehen wir so aus. Aktives Echo-Signal geortet. Ege, wo bist du? Das liegt in dem Missions-Dings. Das liegt hier drin. Was, das liegt da drin? Ja, ja. Nemi-Beat. Nee, ich... Ihr redet ja von anderen Stellen hier. Das ist richtig. Ich frage noch ein allerletztes Mal. Warum sind die hier? Nur fürs Plündern, mein Gott. Wo seid ihr denn da jetzt in ihr laufen? Hey, was machen Sie? Was zum... Ja. Go, 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 go. Hast du was vor heute oder was? Ja. Eat the dick. Bitte? Er hat ein Echo in der Nähe. Tatsache geht die Tür auf. Die Rikers. Jetzt müssen wir aufpassen. Helikopter? Ich sehe es. Irgendwann bollert er doch schon wieder. Huuuuh. Na, da ist was explodiert. Oben im Gebäude. Ich weiß ja, ob da nichts kommt. Er kann um nicht warten, Mäste. Wieso? Ich warte doch hier. Ich wollte nur in Deckung gehen. Ja, ja, ja. Der Hubschrauber wurde abgeschossen. Sie kümmert sich um den Piloten. Dass man sich hier nicht hinnaufen kann, ja. Welche Deckung? Da vorne ist zwar ein Gegner, oder? Mindestens zwei. Drei. Drei. Zwo. Eins. Vier. Von hinten kommt auch noch was. Welche ist hinten? Von hinten hinten. Hinten kommt nichts. Klar, ich werde die sehen. Siehst du, da ist ein roter Punkt. Sniper ist da hinten. Das ist bei mir links. Ah, du meinst geradeaus? Ja. Das heißt von vorne. Es ist weiter hinten. Von hinten, ich habe mich umgedreht. Da ist ein Zaun. Und Müll. Deine Brühe. Ach, Kommunikation ist alles. Lade nach. Denk nicht. Oder wollen wir sie haben? Das Besuch. Versteckt der sich hier oder was? Nö. Hab mich schon im Grunde, aber warum macht der denn nichts? Vor allem genau dann, wo ich mir nicht nachladen möchte, ne? Alternativroute zum Ziel entdeckt. Wir sollen drei Sniper sind da jetzt. Ich habe eine Alternativroute entdeckt. Das ist ein guter Punkt. Ich komme nicht weg. Oh, shit. Gut war's, Leute. Der eine Schnipper ist fast down. Der klettert da hoch. Ist down. Der eine brennt. Achtung, da kommt Elektroboy. Elektroboy. Ja, die stellen wieder MGs, ne? Ja. Rechts von euch kommt auch gleich was, ne? Ihr seid ein bisschen zu weit vorne, glaube ich. Schottis kommen zu euch. Oha. Ein Schottis down. Da steht er gut. Wenn die sich mal alle so entstellen sollen, ja? Da hinten läuft uns so ein gelber Fuzzi. Schottis ist neben Nicky. Hm. Hat er gesehen. Schottis neben Nicky down. Sie zieht die Mare. Noch mehr, bitte. Noch mehr Schottis. Ah. Ach. Ach. Die Frage ist jetzt ob die hier wieder unendlich kommt, dass wir den Typen dahinten weg haben, oder? Ich hab keine Fragen. Ich hab eine neue Schottis gebraucht. Ja, sieht doch so aus, ob so wäre. Boah, da kommen richtig viele Schottis jetzt. Keine Ahnung, Niki. Wer Gelbe kommt, Bluff. Bluff wieder weg. Schotti, oder sowas? Ja, auch bei mir, ja. Komm schon wieder Neuer. Naja, also müssen wir den Gelben mal langsam beknien Ja, das Schild ist bald weg Hier kommt Granate Er steht direkt hier neben mir Granate Wie lange hält denn dieser Koffer eigentlich? Okay, hat sich erlebt Der Gelbe ist jetzt down, ne? Der hat jetzt einen Schlüssel oder sowas gedroppt Die Frage ist jetzt ob Keine Fragen nur antworten Und irgendwelche neu spawnen Was keine Fragen nur antworten Ja Äh, geradeaus sind oben wieder welche gekommen Hast du jetzt den Schlüssel gerührt? Ne Weil da gerade Schottis kamen Die machen mich zu schnell weg, glaube ich Aber theoretisch haben die jetzt Agro auf mich hier, ne? Ich versuch's, ich versuch's Hab Ich hab Sprengstoff aufgenommen Ja, du musst das jetzt da an das Auto bringen Und welches Auto? Na da wo das orange Symbol ist Das Kunstauto, das ist Container Und ich glaub wir sollten da dann schnell durchlaufen Wenn da explodiert das Ist dran ne? Gibt da jetzt ein Timer oder sowas? Ja, drei Minuten Äh, zwei Sekunden noch Drei Minuten, zwei Sekunden Das schnellt mich ran Äh... Geht irgendwie nischt Wir werden ein bisschen verspätet Okay Jetzt schlagen wir zurück mit einem kleinen Mörserschuss In die Fresse aller Division-Agenten Die sich diesem Schicks hier nähern Ich glaub du hast nur markiert und die schießen ja jetzt mit was drauf, oder? Oh, dann sollte ich mich verpiseln glaub ich Oh ja, Artillerie Die Sperre durchbrechen eins von zwei, also kommt da noch ein zweiter Ja, wahrscheinlich wenn wir da durchgelaufen sind Nein, du kannst ja nicht durch Wie lange brauchen die denn? Ich, ich gehe davon aus, da kommt noch ein Goldener Der dann auch wieder Springstoff fallen lässt Das sind schon goldene Links Oh ja Ist das jetzt hier die Mörser-Dinger? Oder sind das von den Gegnern? Mörser Aber halt von den Gegnern Kann das sein, dass wir da einfach rangehen hätten müssen? Ich hab versucht, kam nichts Außerdem steht auch da Die Sperre durchbrechen eins von zwei Uiuiuiui Hier kommen wir jetzt hier grad so viele Leute vor Hm, nicht nur Leute Och bum bum Oh, leck mich Leck mich, wieso Wie sieht mich doch jetzt eher an? Schön Gleich ist er down Hat er was fallen lassen? Ne Ne Ich will auch nochmal hin Hä, aber ich konnte nichts machen da Ja Oder man muss die Artillerie scheiße irgendwie hier umführen Dass das hier hinballert Ich hab's hier Bannerballer Hat mich geklappt Scheiße Ich hab keine Muni mehr Nein Da hinten sind noch Schleifnehmer Trinkstum aufnehmen Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er Jetzt kommt er, jetzt kommt er Achso, dann ist das doch hier eine normale Welle Und die denken, die helfen uns jetzt hier mit ihrer Artillerie oder? Haben wir denn hier? Ne, ich glaub das ist Gegnerartillerie Weißer Gibt's hier irgendwo nie? Ne, wenn du Weißer Also wenn du In meinem Heilkreis Nachlädst Dann Verbrauchst du keine Muni Ja, das hilft mir aber nicht viel Wenn meine Muni weg ist Das ist richtig Ein Sniper da hinten Denk dran, dass wir den goldenen Platz machen müssen Das glaub ich spawnen die wieder unendlich Er kommt, er kommt, er kommt Ja Warte, du bist down? Ja Gib mich selber auf Okay Ja, der goldene pusht die glaube Deshalb haben die alle diese Den Das Symbol Hinter uns Einer, ja Der tut uns im Kreis Einer, ja Der tut uns im Kreis Sehr schön Wollt das tot Zeug liegt da wieder Oh Mann Wo ist es, hä? Ich seh's nicht Neben dem Auto da Ach ne, es ist weiter hinten Scheiße Ja hinter der zweiten Mauer da Ich glaube jetzt müsste aber die Agro Auf uns liegen Ich hab Sniper Agro Und Schotty Agro Okay, ich lauf rüber Sprengstoff ist dran Komm, 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 komm Zack Das ist offen Können wir durchranden? Ja Lass sie einfach durchsprinten Lalalala Tschüss, ich komm hier Hast du die Muni hier noch eingesammelt? Nein, also ich Die Frage ist jetzt, ob die hinterher kommen Ich sitze hier fest, verdammt Halten Sie den Kopf unten Ahhhh Der zeigt die jetzt als, äh, letzte Gegner an, ne? Wir müssen die töten Wir sollen ja auch eigentlich den Bereich sichern Ich guck jetzt trotzdem an den Muni Aber kann das sein, dadurch Aber wir haben es jetzt beendet Wir haben vier Gegner noch So Ich renne mal wieder durch hier Nein, nein, nein Nein Oh Gott Hört ihr das hier, kleinen Division-Wichser? Und davon haben wir noch mehr auf Lager Einer down Zweiter down Da kommen wir doch bestimmt nicht hoch, oder? Aber man kann Geschütz hochwerfen Oh shit Der eine ist jetzt, äh Der hat keine Deckung Down Nice K, L, U, K Wat? L, U, K K, L, U, K K, L, U, K Hulk Oh Easier Das war... Das war einfach, also... Ja Entspannend Also ich bin fast eingeschlossen Noch kam ja kein Boss Aber ich hätte... Und du hast jetzt schon keine Muni Ja, das wollte gerade sagen Ich hätte gerne zu mir wissen lassen Aber ich habe noch nichts irgendwie gesehen Also Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt das gleiche nochmal Oh cool Oh cool Was dann? Die Statue, Flammenwerfer Ah ne, das ist eine Pyro-Dings Dit ist doch Pyro Hier ist Muni Und die Reste von den Peddern zu verstreuen Die Ratten kriegen heute Nacht Schönes, frisches Fleisch So, wir sollen jetzt da Unfass in der Mitte kaputt machen Ok, hier ist gesperrt Hä? Ne, auf unserer Seite ist dicht Also hier, bin ich richtig gelaufen schon Äh Ja Äh, natürlich wusste ich das Zur Erinnerung Der Waffenstamm ist zu 100% resistent gegen Impfstoffe und die meisten Virustatika Äh, na da ist aber falsch, wo du hin rennst Das wusste ich natürlich Genau, das wusstest du Ja, natürlich Welches Die Verteidigung des Helikopters ausschalten Welcher Helikopter? Oh, hier ist schon Fatty McFat Fat Gecrashed ist Die Arschlöcher brauchen noch ein bisschen Schmuck Schmuck hier Aufan der Gằng werden den Concern gut stehen Der geht schon hoch Scheu Koopse Schmcık Schm autre Nein, einer runtergerübt Äh, hinter uns Was hinter uns? Frechheit Schrottis Der ballert ein Netz auf mich hier Das sind überall welche Oh, warte Hinter dir, ja Oh, fast down Oh, ich muss nachladen Ja, kommt Tschüss Ich bin down, Hilfe 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 Oh, da kommt ein Dicker Hilfe Oh, ich bin ja schon fast wieder weg Halt dich doch mal, nein, nicht ins Menü Leck mich Hilfe, nicht aufgeben Oh, was macht er denn? Ich komme ihm nicht klar Ja Sieht aber lustig aus Uuuiui, ey Uuiui Kannst du eine Kurvenbeobachtung machen Ja das ist ja langweilig Jetzt kommt Orte, Agenten Jetzt sehe ich gar nichts Naja du hast jetzt zwei offene Seiten Da ist nur eine offen Hat dann keiner einen Ulti Ich verschwende doch meinen Ulti-AP-T schon Äh Ihr wisst aber dass die hier auch unendlich kommen Verstabt den Immerser Jetzt kommt das schon wieder los ey Wollt euch das noch Nein ich bin nicht runter Ulti Ich bin weg Ah ich jetzt auf einmal Ulti Ich hätte jetzt nur schnell eingesetzt bevor ich weg bin Danke Hatte Na eigentlich hast du da jetzt nicht eingesetzt Weil ich gucke ja immer noch zu Nee du guckst immer noch zu weit weg oder was Wahrscheinlich ja Ach du Scheiße Oh dieses Atelier Kack Ich glaub hier nach rechts in der Mitte laufen Da könnte vielleicht ein bisschen frei sein Ich lauf grad hier einfach nach außen rum Ach nee Ah Niki ist down Nein Ja weil du Schott ist hier Abgeblockt durch Immunität Ich kann mein Ulti nicht nutzen Das läuft Wie ist denn das? Wo bist du denn? Ja neben dir Achso Na heb mich doch einfach auf Ja Na ich denk du bist Hulk Wer hat denn das gesagt? Ja du Hast du einen getötet? Ich bin weg Wie du bist tot Aber warum konnte ich mein Ulti jetzt nicht nutzen? Vielleicht Das Ding zu werfen Ich werf doch hier nicht mein Ding Ich werf doch hier nicht mein Ding Ich werf doch hier nicht mein Ding Ich werf hier oben einen Heilkasten Ich werf hier oben einen Heilkasten Ich werf hier oben einen Heilkasten So ich bin das erste mal down Greife auf Abwehrkontrollsystem zu Zugriff erfolgt Ich hab mich mal geopfert Ach du bist auch down Ja ich hab den Netop aktiviert Das ist richtig Boah Was schon wieder? Ja hier sind halt zu viele Die zu Penner hier Oh ich krieg ne Granate ab Okay man muss hier wieder Sicherungen tragen Ich bin gleich weg Scheiße Oh ich hab hier bei mir die ganzen Dicken Na zwei müssen hier hoch Dann ziehen die die Aggro Wo seid ihr denn? Ich bin weg Down Gut Okay Also wenn wir hier Wo ich bin Zu zweit hochgehen Ziehen die zwei die ganze Aggro glaube ich Das Problem ist Du hast noch dieses Ja der eine mit dem Sicherungskasten Der kommt da nicht vorwärts Ne Du hast ja das Geschirr zum Milikopter Was auch noch überlad Ja Das war nämlich mein Problem gerade Ob das schaffst du hier nur wenn du auch zu viert oder so bist Weil so viele wieder kommen Schießt ein Sniper weg Kommt wieder ein neuer Sniper Schießt ein Schotti weg Kommt ein neuer Schotti Dann wandern zwei gelbe So So Wo rennst du da jetzt hin? Gucken Wir können ja einfach mal direkt zu dem Elektrodingen laufen Ja man muss aber vorher erst den Laptop aktivieren Und dann hast du zwei Sicherungen die du dann tragen musst Okay Let's go Also da ist jetzt der Laptop ja das Schabflug Willst du da jetzt einfach an leise irgendwo kommen oder? Ja Gut gefragt Tot mum Aber ich liege am Laptop. Ne, dann aktivier ihn! Ja, wie denn? Du krabbelst doch, also kannst doch die Tasse drücken, weil damit wir jetzt... Jetzt verstehe ich das. An diesem scheiß Flugzeug, da ist dieses MG, was ihr gesagt habt. Ja... Ja, ich dachte immer die ganze Zeit, das ist so ein Sniper oder so. Okay, du hörst aber schon zu, wenn wir das erzählen. Ja, aber nicht, dass da oben dieses Kack-MG ist. Bieter, nicht mal eben. Schade. Kiki, lauf einfach weg. Oh, ich stehe. Ich nutze den Laptop. 1, 2, 3, Laptop ist durch. Zugriff erfolgt. Oh, ich sterbe. Ich bin tot. Sehr schön. Noch ein Ulti. Noch ein Ulti, ich bin da am Koffer. Ich bin da am Koffer. Ich bin schon fast am Koffer. Ich bin down. Ich mach Gruppenbeobachtung. Orte erkennen. Hast du den zweiten Ulti jetzt auch schon verbraucht oder was? Der. Wieso? Ich hab noch keine Ulti genutzt. Nein, ich bin Niki von Niki. Nee, soll ich? Das ist zu kalt. Alter, wer bammert denn jetzt auf mich hier? Die großen Dicken verfolgen mich. Halt die selber auf. Oh, nee. Ja, zu spät. Zu spät. Ach, so. Mh, eine tolle Wurst. Ah, hast du auf Z gedrückt. Mh. Und jetzt willst du dich auch noch zu mir legen oder was? Klar. Wenn dann sterben wir zusammen. Ekelhaft, ich hab ab. Wupp. Fuck, 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 fuck. So. Jetzt sind wir ja alle kaputt. Gut. Gut. Ja, würde ich sagen, dann war's das erstmal, ne? Haben wir denn jetzt überhaupt noch Missionen nächstes Mal, oder? Ich kann's kaum noch an die Beide. Das weiß ich nicht. Danke. Was betreibst du? Wir tragen dieselbe Münze. Also wir haben ja jetzt die getestet. Wir hätten dann theoretisch wahrscheinlich höchstens rund was in der Dark Zone oder so. Aber wird wahrscheinlich auch nichts Spezielles sein. Äh, Widerstand weiß ich jetzt nicht. Da hatten wir West Side Pier Alarm gemacht. Ich glaube, oder? Kraftwerk hatten wir noch nicht. Den Widerstand mit Kraftwerk, ja. Und da hatten wir West Side Pier's Alarm gespielt? Ähm, ich glaube ja. Ich glaube auch. Aber vielleicht hat der dann auch so eine Woche Cooldown oder so, und dann kriegst du das wieder. Ja, dann können wir ja nächstes Mal nochmal den Widerstand machen im Kraftwerk. Also es ist ja dann ähnlich wie Pier oder... Jaja, das ist mit den Wellen dann, ja. Mit dem Dings, genau. Wir haben auch noch ein... Waren das jetzt Übergriff-Missionen, ja? Das waren jetzt Übergriffe, ja. Drei Stück. Ganz unten im Osten ist auch noch einer. Da ist auch noch einer, ja. Den könnten wir natürlich dann auch noch testen. Aber er wird halt nicht so viel anders werden, ne? Ja, gut. Ihr habt jetzt beide diese Hütchen unter euren Beinen. Ich hab Hütchen unter... Ich seh schon wieder nichts. Ach... Was machst du hier für Scheiße, ey? Wichtige Besprechung und dann machst du sowas hier. Richtig, ey. Ja, reicht auch, wenn zwei Leute drüber reden. Gleich ein Flammenwerfer. So. Schade, nur dass der nichts kriegt. Schade, geht gar nicht. Ich heil den Flammenwerfer, so. Ich mach euch jetzt platt. Ulti! Du Arsch! Aber schön verknüpft mich ja nicht. Bitte bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!